So, das ist mein Mutton-Curry. Reis habe ich vergessen, aber scheissegal. Das wird jetzt gegessen. Das ist ein geiler Mutton-Curry. Ja. Steht am besten die Kamera hin. Also Jerzy. Zerzy. Da in seiner Reis. Aber ich habe Brot. Raja, Brot auch. Wie wenigstens torschtbrot. Die Talen waschen. Das war's für heute. Das ist ein Toastbrot, das ich nie gesehen habe. Mmmh! Das passt gut. Und du weh. Ich möchte ein gutes Ampfleisch. Gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.